Das sind lange Bohlen, schwere Bohlen und die sind zwölf Zentimeter stark, das nennt man eine Zwölferbohle. Das ist schon was Besonderes, weil meistens wird das zu Brettern versägt, also schmalere Bretter. Ich brauche für diesen Block, den ich nachher haben muss, vier Zwölferbohlen übereinander mindestens, weil beim Bohlen geht noch was runter. Dann müssen die Risse umgangen werden, das heißt, es wird auseinandergetrennt, neu zusammengeleimt. Also brauche ich schon eine gewisse Menge. Holz, das ist ungefähr ein Festmeter. Also wir werden jetzt nach den Vorgaben der Frau Höfer das Holz erstmal auftrennen, mit einer großen Säge wird das aufgetrennt und wird dann nach den Vorgaben der Frau Höfer dann wieder verleimt zu einem großen Block, zwei Meter lang und dann eben, wo die Arme dann ausgearbeitet werden, auch wieder zwei Meter breit. Und da wird auch noch eine Stahlarmierung mit eingearbeitet aus statischen Gründen und ja, das kann eine halbe Tonne wiegen. Und da wird auch noch eine Stahlarmierung mit eingearbeitet. Also und da wird auch noch eine Stahlarmierung mit救en und erhöhten Menschen, die wir glaube, dass sie im Bereich schweig getawket werden können. Ein weiteres Explosion vprétend und ja, das kann uns auch wiederумig machen können. Und da lassen sich aufgehen kann, dass die course da in der Land ausgehen und die Gjähr ein durchreífice starchmittel wird darraten. Durch diese Stuhl quan stap vibramos. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Vergrößerung muss vor allen Dingen stimmen, sonst ist das noch alles irgendwo, aber nicht da, wo es hingehört. Dann hast du den Arm an der falschen Stelle oder sowas. Oder ich setze die Punkte in die verkehrte Höhe. Das ist das alles nicht mehr. Ja, also mir gefallen oft diese halbwertigen Sachen besser. Weil es nicht so glatt ist und nicht so langweilig, man muss ein bisschen mehr überlegen, was das sein könnte. Also das Material ist nicht für mich nur als Material gültig. Es ist einfach ein Material, mehr nicht. Wenn ich was mache, muss das auch so aussehen, wie ich das will. Ja, ich will da was Bestimmtes raushaben und das mache ich. Sonst lasse ich den Baum im Garten stehen, der sieht auch schön aus, der brauche ich nicht rumschnutzen. Bei dem Holz kann nicht so viel passieren, weil das ein ziemlich neutrales Holz ist. Das hat keine Maserung praktisch, sieht man nicht. Das könnte man auch so ungemalt lassen. Also bei Eiche wäre das ganz anders. Da platzen immer Sachen ab, wo man nicht will, dass die abplatzen. Das passiert einfach, weil das Holz eben anders ist. Aber für den Zweck ist es das richtige Holz, weil es einfach nicht so hart ist. Und wenn man nachher Farbe drauf macht, da kann man nicht eine wahnsinnige Struktur unten drunter gebrauchen. Außerdem ist es auch eine Kostenfrage. Das ist einfach auch günstiger als Eiche oder Birnbaum. Und von dem Punkt zu dem Punkt gibt es eine Fläche. Wenn ich da eine Linie runterziehe von der Seite, da ist alles drin. Die Knie, die Hüfte hier, das ist dann alles noch drin. Das heißt, ich schlage jetzt eine gerade Fläche bis hier runter. Diese Fläche hier, die muss ich jetzt zurückhaben. Das heißt, der höchste Punkt jetzt hier ist der C. Wie würde denn das aussehen? So ungefähr. Wenn da gerade irgendwo ein Ast an der falschen Stelle ist, zum Beispiel bei den Händen kann das durchaus sein, dass da ein Ast rauskommt. Dann wird der eben rausgebohrt und dann ist das eben gleich die Nagelwunde fertig. Solche Sachen muss man dann eben nutzen. Das kann man nicht vorher wissen. So, auf die Tür. So, ja, das reicht. Ja, das ist doch gut. Da denkt man, man ist schon eigentlich fertig und da merkt man erstmal, was da alles noch kommt. Man muss da doch immer kontrollieren, ob das Ganze in sich steht. Und das ist bei der Größe, wenn man so ein Teil hier rumfummelt, schwierig, weil man das Ganze nicht mehr sieht. Die Handfläche entspricht ungefähr dem Gesichtsfeld. Das halte ich eigentlich durch. Wenn der Kopf eben ein bisschen größer ist, dann mache ich die Füße und Hände auch größer. Das entspricht ungefähr dem Maß des Menschen sowieso. Eigentlich stimmt das bei jedem. Es ist ganz selten, dass jemand zu große oder zu kleine Füße oder zu kleine Hände im Verhältnis zu Körper hat. Eigentlich kommt es meistens hin. Klar, mit dem Gesicht kann man eine Menge machen. Man wird schon Nase, Augen, Ohren, Mund erkennen, dass das das auch ist. Also wenn, dann muss ich auch alles richtig realistisch machen. Aber das ist es gar nicht. Das ist nur ein Abbild, wie es aussehen könnte oder wie ich das sehe. Das ist also stark zusammengezogen. Da stimmt nicht die Bauchfalte, der Nabel. Das ist da irgendwo, aber nicht wirklich so wie ein fotografisches Abbild. Also ich kann doch gucken. Das ist jetzt der Moment, wo du schon anlegst, wie der guckt am Ende. Ob der nun die Augenbrauen hochzieht oder nicht. Wenn das einmal in der Form ist, dann ist das drin. Das kann man auch nicht mehr wegschlagen. Das muss relativ neutral sein und da muss ein relativ offenes Gesicht haben, damit da jeder irgendwas erkennen kann, was er dann unbedingt erkennen will. So hat er noch ein bisschen dicke Backen, da kann ein bisschen was ab. Also ich werde es zwischendurch einfach mal abnehmen und dann liegt es auf dem kleinen Bock, um das einmal hinten mit der Säge zu bearbeiten und dann kommt es wieder dran. Weil das ist einfach sicherer so. Man kann einfach, man hat auch den Überblick, wenn das liegt, dann sehe ich gar nichts mehr. Das kann ich am Ende machen, um da vielleicht noch mal ein paar Kleinigkeiten zu verbessern. Aber so, wenn ich das Ganze noch im Visier haben muss, geht das nicht. Da muss ich wirklich das Ganze überblicken können. Wie machst du jetzt die Stacheln? Die werden jetzt aus Holzplatten zusammengesetzt. Der Körper trägt die Stacheln nicht umgekehrt, wie das zuerst geplant war. Das heißt, hier kommt die Aufhängung raus, da ist der T-Träger drin, der geht bis hier ungefähr. Und wenn da jetzt ungefähr noch die Stacheln dran sind, dürfte das statisch und vom Gewicht her überhaupt kein Problem sein. Das heißt, hier ist der T-Träger drin, der T-Träger drin ist. Der T-Träger drin ist, der T-Träger drin ist. So sieht er nicht zu dick aus, aber von hier her, von der Seite geht's. Ein bisschen weiblicher Mund, aber macht ja nichts. Vor allem reißt das hier von allen Seiten ein, weil diese Äste da drin sind, das ist überhaupt nicht gut zu machen. Ich denke, da machen wir noch die Ohren und dann ist gut. Das, was jetzt den Ausdruck praktisch in das Ganze bringt, sind ja diese kleinen Sachen, diese Hände fertig machen, die Füße. Das ist dann die Persönlichkeit sozusagen, von der Figur auch. Sonst ist das einfach nur halt ein Kreuz oder so. Ist das dann eben das, was ich mache. Das ist jetzt schon auch, das ist nicht so, ich meine, das mit dem Gesicht ist schon spannend. Und da ist man schon ein bisschen so, aber es ist so eine schöne Spannung. Also Adrenalin super hoch. Also ich schlafe auch gar nicht mehr. Das ist jetzt schon so, jetzt laufe ich auf absolut Hochtouren, aber wirklich. Aber das ist schon jetzt das, wo man so ganz dicht auch irgendwo dran ist. Das ist schon ziemlich privat jetzt. Und das sind auch eigentlich die Sachen, die man eigentlich sonst niemandem zeigt. Das ist so eigentlich das Geheimnis, finde ich immer. Das ist schon wirklich, wo das für einen selber so das Kind ist. Die wird jetzt als nächstes grundiert mit dem Kreidegrund. Das ist eigentlich die Haftung. Da hält die Farbe halt drauf. Oder die Pigmente, das muss ich erst mal alles andere hören. Das ist eben so eine Methode, da wird das praktisch alles gleich gemacht. Das ist nachher alles einheitlich. Da sieht man keine Unterschiede mehr. Und wenn man das jetzt bemalen würde, das Holz saugt ja verschieden auf. Das würde ganz furchtbar bunt werden. Das heißt, das macht man einfach deshalb, weil die Risse jetzt so groß sind. Das würde einfach da rausfallen. Und diese Binde da drüber, die sieht man nachher nicht mehr. Das verhindert, dass der Kreidegrund da reinfällt und praktisch verschwindet. Das hat man früher schon gemacht. Das ist also ganz normal. Aber das ist nun mal so, weil es ist ein natürliches Material. Da kann man nicht immer alles genau beeinflussen. Deswegen versuche ich ehrlich gesagt, ein bisschen auch so genau zu sein. Ich will nicht meine eigenen Sachen restaurieren, da habe ich keine Lust dazu. Jetzt sehe ich, dass das ganz gut ist. Eigentlich ist es verrückt, das so zu machen. Weil das ist im Grunde genommen echt volles Risiko, was man da eingeht. Dass das vielleicht auch runterkommt. Man kann es auch mit Acrylfarbe machen. Damit könnte man das auch hinkriegen. Mir wäre es ja egal, man müsste es ja nicht so ordentlich machen. Aber die Füße sieht man immer. Da werden sie dann immer alle drauf gucken. Ich finde diesen Grund schon ziemlich dick. In Wirklichkeit ist das nur Millimeter. Grundfarbe eigentlich fast für alle Farben, sogar für Blau. Wenn man das nicht macht, dann wird es eben nicht so warm. Dann wird es ein kalter Ton. So, der erste fertig. Das mit der Farbe, das muss ich sowieso selber machen. Das kann man keinen machen lassen. Und so ein Fassmaler hat so seine eigene Idee. Das sieht man ganz deutlich bei den Figuren von Tilman Riemenschneider. Die wurden irgendwann später mal gefasst. Und die sind ja so gefasst aus Lindenholz, dass es aussieht wie Naturholz. Da ist aber auch eine Farbe drauf, damit das schön gleichmäßig ist. Und dann haben die irgendwann beschlossen, das finden wir langweilig. Wir wollen das bunt haben. Und dann hat da irgendein berühmter Fassmaler, ein Zeitgenosse, der auch ziemlich bekannt war in Wildhauer, das gemacht hat. Und der mit dem ganzen Tilman Riemenschneider völlig vermurkst hat. Der hat nämlich völlig den Ausdruck verändert. Maria war plötzlich am Weinen und hatte nicht mehr die Augen offen, sondern zu. Also das kann man damit komplett verändern. Ich meine, man hat die natürlich alle im Kopf, man kennt die ja alle. Das muss man dann auch wieder vergessen, weil sonst nachmachen bringt es ja nicht. Im Grunde genommen ist es ja nur eine Figur erstmal, sonst gar nichts. Und das muss erst mal stimmen. Schon lange her, dass ich das nicht mal nicht so gemalt habe. Das verschwindet sowieso alles. Ich kann das auch anders machen. Ich mache es halt so. Das ist alles nur Höhen und Tiefen. Blau ist tief, Rot ist hoch. Mehr ist das nicht. Also im Grunde genommen habe ich jetzt nochmal die wiederholt, was ich schon geschnitzt habe. Alles andere würde das kaputt machen. Das wäre angemalt, das ist ja nicht angemalt. Also das heißt, die Form wird nochmal wieder betont. Dass sie vielleicht dann auch ohne die Beleuchtung ein bisschen besser wird. Das wird nachher durch das Weiße oben drüber alles schön zusammengezogen. Also zwei Schichten weiß, denke ich, brauche ich. Aber ich denke, da muss nochmal eine drauf. Das ist mir zu rosa. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Also ein paar schöne Stellen gibt es jedenfalls schon. Aber das sieht nachher ja keiner mehr. Das sieht man nur, wenn man ganz dicht dran ist. Wie schön das aussieht. Das ist leider ein bisschen schade, dass da eigentlich gar keiner was von hat. Hast du mal darüber nachgedacht, dass das eine Figur ist, die dich überleben wird? Ja, das ist ja das Schlimme da dran. Deswegen muss ja auch irgendwo stimmen. Und irgendwo muss das auch so sein, dass ich, wenn ich 80 bin und ich dahin gehe, das vielleicht immer noch ertragen kann. Deswegen macht man ja Kunst, weil man sich so ein bisschen fühlt wie Gott. So eine kleine Schupfung und das bleibt dann. Ist dir das wichtig, dich zu verewigen? So wirklich nicht. Ich finde ja auch, dass man langsam mal, dass man auch nicht alles erhalten muss und auch nicht alles tausendmal restaurieren muss. Ich finde, wenn es kaputt ist, sollte es weg und fertig. Ich bürste jetzt das Poliment, diese Erde, die da auf dem weißen Grund drauf ist, damit das Gold nachher besser darauf haftet. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte nur einen Kohleofen und müsste mit diesen alten Methoden den Leim auch noch immer kochen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so lustig gewesen. Kleben tut es jedenfalls. Das ist eben die Königsfarbe, ne? Gold. Es ist gut, dass ich das mit Matvergoldung gemacht habe, nicht mit den glänzenden. Das wäre vielleicht ein bisschen zu barock geworden. Wie kriegen wir die Stacheln an den? Jesus. Was meinst du denn, was der noch wiegt? Der liegt da auf dem Stirn vermutlich mal, ne? Auf Füße weiß ich nicht. Der kippt sowieso. Und dann gleich umdrehen. Können wir gleich aufhängen? Den lassen wir erstmal noch liegen, falls er runterkommt, dann fällt er ein bisschen weich. Das ist ein bisschen hübscher aus. Schönes Licht ist gut. Das macht das Dusstere ein bisschen weg. Jetzt ist es gut, dass er da ist. Das macht das Dusstere ein bisschen weg. 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 Das macht das Dusstere ein bisschen weg.